die fehlt mir noch dann kann ich das andere hier abbauen das wollen wir noch machen mit den nächsten glaube ich ne wir können glaube ich später das eisen so umwandeln welche steht nämlich umwandeln fe das ist glaube ich immer was mit chemie ich war da schon lange nicht mehr drin ein aus baren aus puren eisen können aus fünf auf drei kupfer machen du weißt was ich jetzt ich gehe jetzt ganz schnell zum schmied ich habe alle geoden mitgenommen die lasse ich ihm mal aufbrechen macht das ich stimme unsere käse presse dahin ja mach das ja wir sollten sowieso uns dann auch irgendwie noch eine hütte bauen wo wir so eine gerätschaften lassen oder irgendwie eine stelle damit das ein bisschen vernünftig aussieht wir wollten ja auch was bauen wo wir den 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 schmelzkram machen weil das ein bisschen blöd aussieht irgendwie dann könnten ja für 10.000 gold ein aus erweitern mit küche dann hätten wir ja mal mehr platz das können da die gerätschaften rein kostet auch nur 10.000 gold das geht aber ich hätte gern noch die axt aufwertung und die spitzhacken aufwertung auf eisen das sind ja die sind so teuer das sollten wir noch vormachen dass wenigstens einer von uns beiden das immer hat okay es ist verschlossen der hat bis 16 uhr auf ist dann sollten auf jeden fall ganz viel mayonaise herstellen kann ich ja schon mal anfangen hof arbeit zu machen und mach erstmal meinen ganzen zaun da weg ja ich bin enttäuscht der angelt hier na was die fische da muss man ja immer ruhig sein warum eigentlich als ob die fische das hören ich glaube kaum dass die ohren haben die können ja durch schallwellen ja weißt du schon schallwellen na klar weil es im wasserwellen gibt sind da auch spüren die auch die schallwellen oder was ja 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 immer diese alternativen fakten ja wir brauchen den saun ja jetzt hier nicht mehr nein nicht essen das ist ein krokus wenn wir hier vorne sonst die häuser hin bauen dass die immer gleich erreichbar sind kann ich verkaufen ja hört sich gut an so das kommt noch nach unten das kommt hat man gott sei dank nicht gesehen was denn da fehlt was ach das ist ein bildung kommt die demenz schon durch hab das genau gesehen ganz genau ich hab kalzit an die amethyst hatten wir gar nicht mehr ne haben wir leider beide am falschen verschenkt oh ich muss ins bett ich hab null energie schaffst du es noch bist du kiste du kannst ja auch noch was zu essen holen ich will wieder was anbauen nicht mit der dauer wird der winterbissen eintöten jetzt angelt er mich ja ich angelt einen kleinen fisch bitte was 30 cm war schon das jetzt gießt er meinen fisch iiih du hast eingepullert da geh ich nicht rein geh auch nicht bei so nem bett nässerein warum nicht darum aber die katze schläft das ist meine katzenruhe geh ins bett geh ins bett nein jetzt pullert er bei mir weiter kuscheln das muss ich ja komisch anhören 14. tag erst der winter wird ist doch ganz schön lang ne also wir müssen uns für den nächsten winterbeschäftigung suchen denn viel macht es schneit mal nicht post 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 ja ich hab was ganz anderes ab morgen dockt ein reisender händlerflotte in pelikan an sie kommen wegen der jährlichen nachtmarkt in der markt und du siehst nur läuft die nächsten drei tage wenn du dabei sein willst geh 17 uhr zum strand es gibt gratis kaffee oh kaffee oh kaffee bin dabei aber erst 17 uhr ich muss kaka ich muss kaka ich bin erst mal weg warum sind hier keine tiere muss ich ja auch ne heizung rein und wie nehm ich jetzt das heu ich hab hier welches reingetan hä wie hast du das genommen rechtsklick denn ach so jetzt seh ich das erst oh ich bin doof und massivier linksklick drauf ja ja danke bitte weiter ich da rein gut jetzt gehen wir Kühe kaufen vier stück Kühe Kühe die Kühe kann man sogar freien lassen ja dann müssen wir den Stall ich bin dafür dass wir hier vorne hier nach vorn uns die Tiere holen ja wir machen dann hier ein Gehege dann und dann stellen wir den Stall um ne und den Hühnerstall auch dann müssen wir nicht so weit laufen achso ich muss erst bei den Hühnern rein meine Eier ich will doch gar nicht an deine Eier deswegen hast du auch meine ganz genau angeguckt äh waaah achso warte kurz so dann packe ich das ab mein letztes Ei in die Truhe so was blödes ich hab ein Spezialei mit Stern angebe ja davon nur noch ein Ei und dann gibt er an ja ich hab drei Eier du nicht Dr. Evil hat auch drei Eier zweieinhalb hallo komm mal hier oben ist die Unterhose ja Tiere kaufen kuh teuer äh ich hab jetzt aus Versehen raufgedrückt ich auch ok Zello kann man die umbenennen aha ja äh so wie viel kostet eine Kuh überhaupt teuer aber wir können uns die leisten wie viel hast du jetzt noch gekauft Kühe eine kannst ruhig noch zwei kaufen ja mach ich auch äh Name ausdenken achso ich weiß wie ich mein Tier nennen will äh Arschloch so äh sehr schön ich sende in die kleine das ist ein R ja doof Kuh ja können wir noch eine Kuh kaufen ja ne hast du zwei gekauft ja gut dann können wir noch eine vier können wir maximal ja ist auch noch grün gut acht die Kühe brauchen glaube ich auch noch eine Heizung ne ja das ist gut möglich die kaufen wir auch gleich die kannst du kaufen so ich hab eine Heizung achso Melkkübel brauchen wir ne ja den kaufst du auch brauchen wir nur gibst den nur einmal den kann man mehrmals kaufen wenn man will ne weiß ja nicht wir haben vier Kühe deswegen dachte ich jetzt aber vielleicht reicht das vielleicht auch reicht noch so dann gehen wir gleich mal gucken ha 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 hallo Hühnchen ich bin gespannt wie die aussehen oh die sind süß so dann guck dir mal die Namen an Bertram ja weißt du noch wo wir ne Kuh hatten die Bertram hieß mhm Bertram hä Petram Petram achso Luzi mhm Dillen du hast nen Schuss das passt doch die Kuh passt doch das ist meine Kuh das ist meine Kuh Malzbier zu mir sagen ich hab nen Schuss und die Kuh Malzbier nennen ich geh jetzt Geoden verkaufen aufbrechen das ist Malzbier Kevin ging Kevin ging leider nicht mehr den haben wir für n Dings verwendet für nen Huhn ne mhm ich hab ne prähistorische Handaxt oh ich hab was gesehen was Ultman übersehen hat Würmer ja ich hab auch grad Würmer gefunden ne Winterwurzel immer nur was langweiliges ich hab ne prähistorische eine prähistorische aber ich glaub die hatten wir schon na ich geh ja sowieso runter dann kann ich ja nachher nochmal bei Gunther gucken vielleicht will er die haben so dann kriegen die Kühe noch ne Truhe ja genau und dann hast du ja noch äh so ein Melkding gekauft ne genau die tue ich jetzt in die Truhe ja erst mal die müssen ja auch erst mal erwachsen werden ach die können jetzt schon Milch geben voll ich baue dein Haus wieder woanders hin äh ich will sowas nicht in meiner Nachbarschaft äh wie war denn das jetzt mit den Gehuden in die Schmiede ziehen Gehude aufbrechen ja ich hätte ihn die beinahe geschenkt nein was ist das ein Erdkristall na gut oh versteinerte Schleim dieser kleine Typ könnte 100.000 Jahre alt sein Lehm da auch so viel Welt äh na was ist das jetzt ist Gunther kann mir mehr darüber erzählen das ist auch schön der ist ja hier gleich nochmal Ecke Stein okay was ist das he 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 Gunther kann mir mehr darüber erzählen Kupfer ich krieg wieder Lehm oh das bilde ich mit Lehm Gunther kann mir mehr darüber erzählen Kohle 10 Kohle oh jetzt wird's oh ist gut ich hab keinen Platz mehr im Inventar jetzt hast du Wobli okay okay ich kann nicht aufhören hä achso jetzt kann ich aufhören jetzt geh ich erstmal zu Gunther dann geh ich mal runter zu Gunther nein das ist Günther dann geh ich mal runter zu Günther besser ja achso so Gunther dann leg mal los ich guck und jetzt halt mal heimlich was Mani so mag ah Mani mag als Geschenke Bauernmahlzeit pinke Torte und Kürbissuppe äh Kuchen Entschuldigung verlesen achso warte mal Gunther ich hab noch was Belohnung abholen weil man ihr zur Geburtstag etwas schenkt mag sie das auch bei Gunther gibt's ne schöne Belohnung oh ist der groß wo bist du oder man schenkt dir ein Diamant das mag sie auch wo bist du ich bin zu Hause ähm jetzt Winter nein bleib mal zu Hause nein ich hab was schönes nein ähm ich will dir das sein oh guck mal oh guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal Schuss nein das ist kein Schuss das ist ein singender Kristall den hab ich von Gunther gekriegt den müsstest du dir jetzt schon abholen können singender ja weil wenn ich Pech hab bin ich vor 19 Uhr da meinst du noch einen meinst du noch einen meinst du noch einen oh ist schon verschlossen jetzt war klar ne aber bist du schüss Strafe kriegst du keine heiße heiße Schokolade oh heiße Schokolade warte so schön verstanderten Schleim auf den Tisch was ist was ne 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 ja dann wollen wir mal den den Koper da rein die Kohle da rein nein nein das kommt ja wir haben wirklich wenig Leben das geht mir ne Erdkristall ich will rein in die Truhe ran mein ich da hab ich schottiert grad da ist nur Steine drin die hab ich schottiert ja man muss auch Steine schottieren das ist sehr wichtig man kann zwei Ringe nehmen aha und ein Hut ein Hut fehlt uns noch Sirup Gute Nacht mein Ahorn du Dieb ich hab doch gar nix nein nicht verkaufen hast du den hier mach dich nass oh ich wollte ihn dir geben und nicht trinken aha ich sollte schon gucken was da steht jetzt hat er den Sirup getrunken komm mal mit mir zu mir ins Haus bitte geht sofort los ich will nur schnell noch den Mayonnaise anschmeißen oh so war das aber nicht gedacht die Königin der Soßen schon wieder oder ist gut Schokoladentorte Schokoladentorte ich hör auf wo kriegen wir den Kakao her weiß ich auch nicht ich kann Schokoladentorte machen wir brauchen ne Küche geh mal zu dem Kristall mach mal rechtsklick drauf oh Gott ist nicht schön denk mal es gibt ein Spielfehler und da wird andauernd noch dieser Ton abgespielt jetzt fehlt natürlich noch die Kristallmusik dazu die höre ich ja leider nicht das ist ja das doofe ne komm Kuscheln ja ich hack dich nicht das Kuscheln ich hack dich ich nähe dich ich nähe dich ich hack dich bis du keine Energie mehr hast ich hätte nur fast was ich teile mir das ein oh wir haben ja richtig Kohle gemacht die Nacht über den Tag meine ich naja wir haben nicht bei den Hühnern geguckt Mayonnaise können wir doch bestimmt jetzt wieder verkaufen wir sollten uns mal um die Mayonnaise kümmern Mayonnaise die Mayonnaise wollte ich noch sammeln Mayonnaise lol dein Charakter backt gar nicht doch du hast keine Art mehr zu du hältst die Hände hoch als wenn du angeln willst ja ich angel dich auch gleich äh da war ein Ei im Weg mein Ei mein Ei mein Ei das ist doch kein Ei ja ich hab ein goldenes Ei nein ich hab ein goldenes Ei wir haben doch nur 20 Mayonnaise ja denn 10 verkaufen haben wir ja nur 2000 Gewinn 45 Energie und 18 Gesundheit geil ich lieb mein goldenes Ei haben wir noch nie Miene schon wieder was willst du denn sonst machen ich wollte zu Geode und ich will ja zu die Kuh ach so ja stimmt die sind ja auch noch da hallo Kuh ihr habt ja noch gar nichts zu fressen schnell ein paar Herzen geben Bertram ist glücklich Dillen ist glücklich Luzi auch und Malzbier muss kacken ey lass Malzbier nochmal ja ich geh mal in die Höhle gucken Malzbier macht echt gutes Malzbier hier gibt's ja interessante Sachen in der Höhle Bertram ist zu jung um Milch zu geben Bertram in der Höhle sind so schöne Sachen aha hab ich alle weg da war gar nichts drin ich will hier das Gewächshaus haben oder was ist das ich auch mach heil ich will ich ach so wir können ja mal bei der Gilde gucken was wir noch machen müssen ja das machen wir Katze hat auch gefroren das Wasser das ist schön da kann sie schön lecken oh ich hab noch einen Weißen Kühlschrank oh Hacke ah scheiße er hat's gesehen er hat's gesehen ne Winterwurzel er hat das nicht gesehen ich hab ne Stechpalme da kann ich ihn mitpieken Hallo Agil bist du Howard Fan nein du singst aber seine Lieder nein das war Adele nein Hallo Agil ist von Howard Carpentier alle 14 Uhr das ist überbrückig ich auch tschüss guck mal wo geht's eigentlich da hin da ist ne Brücke die müssen wir heil machen kann man die heil machen noch nicht ne oh guck mal was da ist da sind Würmer ich will heilen ich will heilen ich will heilen ich will heilen nicht gerne hä wie siehst du aus der Würmer sind hab ich gesehen aus dem Augen hast du wieder gekannt wo die Schaden nein ich hab auch Full HD ja 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 hat er wieder deine Sheets aktiviert ich spiel gleich Astroboard mit Brille ich will einen dicken Fisch ich hab einen ja das weiß ich schau mal ah nein oh nein denn wo ist ich hab dich ich hab einen Arsch du auch Bis zum nächsten Mal.